Alter, der sieht gruselig aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Moin, freut mich wieder sehr, dass ihr eingeschalten habt. Wir sind auch heute mit am Start wieder. Wir haben nämlich eine weitere Quest gekriegt. Es ist ja gestern einiges schiefgelaufen hier auf unserer Welt. Da ist einiges schiefgelaufen. Wer war denn dabei, als wir den Mutant-Zombie gekillt, beziehungsweise den zweiten davon eher gegrillt haben? Ich habe jetzt mal... Ah, hier. Rüste dich zuerst gut aus, besiege dann die Mutante von Zombie. Das haben wir ja schon. Enderman, Skelett, Creeper und übrigens, ein Snow-Golem kann dir helfen. Aha. Ein Snow-Golem. Der kann mir helfen, die ganzen Mutanten zu besiegen. Ja, dazu brauche ich ja erstmal einen Snow-Golem, oder? Weil das stand davor nicht drin. Das stand davor nicht in dem Buch. Ich glaube, die haben mich hart gescammt. Glaube ich. Es ist einfach nur so ein Gefühl. Ich glaube, ich muss einen Snow-Golem mutieren lassen. Ich glaube, das ist es jetzt, was ich tun muss. Guckt euch mal meine Rüstung auch an. Ey, das Battle mit dem Zombie, das war wirklich ohne weiteres richtig verrückt. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Auftrag, mir einen Schnee-Golem zu machen. Aber für einen Schnee-Golem, was braucht man denn da alles? Ich weiß es. Schnee. So. Aber ich weiß es auch nicht. Ich muss Kürbisse finden. Das ist wichtig. Wir haben auf jeden Fall ein Problem. Wir müssen die mutierten Versionen von Enderman, Creeper und Skelett noch töten. Allerdings sind die so sackstark, dass ich Unterstützung brauche. Ich brauche Hilfe von der Snow-Golem-Army. Und die muss ich jetzt erstmal erschaffen. Ich bin, für heute bin ich, wenn ich vorstellen darf, euer verrückter Wissenschaftler namens Basti X nennt man mich. Ich bin Wissenschaftler. Ich habe die Chemikalie X entdeckt. Und mit dieser Chemikalie kann ich Monster mutieren lassen. Allerdings muss ich das Ganze auch dokumentieren für Forschungszwecke, weil die können auch sprunghaft mutieren. Die können auch einfach von jetzt auf nachher zack auftauchen in der Nacht und die Menschheit bedrohen. Deswegen muss ich sie jetzt erstmal erschaffen und besiegen. Habe ich Kürbisse übersehen? Wo? Beim Dorf. Leute, ich schiebe gerade so meinen Basti X-Film, dass ich die Kürbisse nicht sehe. Hätte, tatsächlich? Warum habe ich denn das nicht gesehen? Hä? Bin ich dumm? Ja, ihr seht, ich bin ein zerstreuter Professor, dass mir wieder sowas passiert. Und das live, das ist peinlich. Zum Glück hat es keiner gesehen. So, da kriegen wir auf jeden Fall eine Snow-Golem-Army hin. Wir machen jetzt ein Experiment mit einem Golem. Ich bin tatsächlich aufgeregt, was jetzt passieren wird. Und wir wenden die erste Variante an, indem wir hier einfach mal den Kürbiskopf machen. Und jetzt halten wir uns mal fest. Meine Damen und Herren, wir erschaffen jetzt den weltweiten ersten mutierten Snow-Golem. Schnee-Golem. Ja, ich lüge nicht, meine Damen und Herren. Es ist jetzt soweit. Zuerst müssen wir den ersten Schnee-Golem erschaffen. Wir haben den Schnee-Golem erschaffen, meine Damen und Herren. Und jetzt greife ich in die Kiste. Hier haben wir die Chemical X. Der Schnee-Golem wird jetzt dieser Substanz ausgesetzt. Und wenn alles klappt, wird dieser Schnee-Golem Muskeln bekommen. Und richtig stark werden. Und mich dabei unterstützen, die anderen Monster zu killen. Ich möchte Sie jetzt hier nochmal warnen. Gehen Sie bitte auf Sicherheitsabstand. Es könnte gefährlich werden. Ich gehe auch so ein bisschen auf Sicherheitsabstand. Und hiermit frage ich die Zuschauer dieses Versuches. Sind Sie bereit? Wer für sowas nicht bereit ist, sollte unbedingt jetzt den Raum verlassen. Wir setzen jetzt nach dem Einverständnis der Zuschauer den Schnee-Golem unter diesen Stoff. Chemical X. Drei, zwei, eins. So, was wird passieren? Er ist der Chemikalie ausgesetzt und er ist gestorben. Versuch eins schiefgegangen. Das dokumentieren wir. Es wird jetzt noch einen zweiten Versuch geben. Der zweite Versuch ist schon direkt in der Mache festhalten. Versuchsobjekt 2 wurde erschaffen. Meine Damen und Herren, Versuchsobjekt Nummer 2 ist bereit. Also, ich habe dem übrigens nicht erzählt, dass ein Vorgänger daran gestorben ist. Der hat sich freiwillig gemeldet und möchte sich damit aussetzen. Snow-Golem, mach dich bereit. Ich erschaffe dich jetzt zu etwas Großartigem. Ja! Frosty, der Snow-Golem. Wir haben sogar einen Erfolg gekriegt. Da ist er. Moin! Was geht's? Alles fresh bei dir? Du bist jetzt mein, äh, Haustierchen. So, äh, Frosty nennen wir den. Der darf nicht despawnen. Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist mit despawnen und so. Frosty wurde erschaffen. Erfolgreich! Das ist genial. Frosty, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Aber, ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, Frosty, Bootfahren ist eine schöne Sache. Ha! Frosty ist am Bootfahren! Okay, der nächste Golem steht bereit gleich. Äh, so. Nummer zwei ist in der Mache. Bam! Objekt Nummer drei. Bam! Wurde dem ausgesetzt. Sehr schön. Hat auch funktioniert. Willkommen! Er soll Kühlschrank heißen. Ha! Ey, das ist echt geil. Okay, das ist Kühlschrank. Das ist Kühlschrank. Für den nächsten Fight müssen wir nämlich auf alles gewappnet sein. Die anderen Monster, die haben es nämlich in sich. Mit Diamanten ausrüsten. Okay. Wir werden uns jetzt einmal drum kümmern, dass wir eine Diamond Rüstung bekommen. Bam! Bam! Ba-da! Oh, scheiße. Das hätte ich gebraucht. Bam! Ba-da-da! Bam! Bam! Ba-da-bam! Oh, ein Creeper! Shit! Wolf! Raus hier! Oh, no! Wolf! Komm da raus! Wir lassen den Creeper mutieren. Okay? Creeper-Mutation! Seid ihr ready? Jetzt wird es nämlich heftig. Ich muss warten, ich muss warten, bis mein Wolf bei mir ist, weil wenn ich den abwerfe, dann ist der auch tot. Das ist doof. Oh Gott! Der ist noch da hinten. Kann auch sein, dass der stirbt. So, und bam. Okay. Creeper mutiert. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Oh ja, wir haben den fetten Creeper. Oh nein, Leute. F3B und wir müssen hier unten. So. Komm mit. Komm. Du bist frei. Da hinten ist der krasse Creeper. Kühlschrank. Enttäusch mich nicht, Mann. Alter, der sieht gruselig aus. Oh mein Gott. Kühlschrank. Let's do this. Los. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Hä? Oh Gott. Was? Hilfe. Mein. Nein. Mein Wolf. Holy shit. Was ist das für ein Battle? Ah. Oh Gott. Shit. 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 Ich komm hier nicht raus. Ah. Ah. Weg hier. Kühlschrank. Du regelst das. Kühlschrank. Oh scheiße. Kühlschrank ist tot. Oh nein. Mein Kühlschrank ist tot. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nummer zwei. Ich muss sie befreit stellen. Hä? Du bist frei. Kämpfe für mich. Los. Frosty. Oh Gott. Ja. Komm. Mach ihm Platz. Los. Oh shit, ey. Weg hier. Alter. Wie viel Damage der macht. Bam. Oh, er ist tot. Er ist tot. Oh, 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 oh. Nein. Da ist ein Ei. Was ist hier passiert? Wir haben es überlebt. Wir haben all unsere Sachen. Was ist hier gerade passiert? Das seht ihr, Alter. Ich hab den gebraucht. Ich hab Kühlschrank und Frosty gebraucht. Und was haben wir hier? Hä? Das ist keine Zwiebel und ich bin kein Döner. Freunde, das war erfolgreich. Wir können den rausstreichen aus dem Buch. Den Creeper. Den haben wir besiegt. Es fehlt nur noch der Enderman und das Skelett. Und jetzt, das war's mit dem Video. Hier könnt ihr jetzt sehen, warum ich nicht Basti GHG bin. Und da unten ein anderes Video. Und da könnt ihr abonnieren. Und da unten ein Bücher plant.